Der Medienprofi ist eine Internetrallye für Schüler der siebten bis zehnten Klasse und wir wollen in diesem Projekt den Jugendlichen beibringen, ihnen helfen, seriös im Internet zu recherchieren. Außerdem ist die Leseförderung und das Teambuilding ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Projekt. Wir freuen uns, dass wir als LZO jetzt das dritte Mal bei Medienprofi sein dürfen. Wir als Arbeitgeber, aber auch als LZO vor Ort haben ein Interesse, dass neben WhatsApp und Co., Instagram und wie das alles so heißt, MFG mit freundlichen Grüßen, dass einfach die Kompetenz zu lesen, richtig zu recherchieren und auch die Medien so zu nutzen, dass valide Aussagen rauskommen und man es auch lernt damit umzugehen, dass wir diese Kernkompetenzen auch fördern wollen. Nicht nur im eigenen Interesse, weil wir jedes Jahr sechs Auszubildende einstellen, sondern einfach auch, weil wir glauben, das ist der öffentliche Auftrag, unsere Schüler auch hier zu unterstützen. Wir haben auch wieder sehr hohe Anmeldezahlen und das Projekt kommt bei den Schulen und auch bei den Schülerinnen und den Lehrern sehr gut an.